Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video. Diesmal gucken wir uns indonesische Musik an und mit dabei habe ich El Hikaru. Zusammen gucken wir uns Alfie Rev an, zum ersten Mal. Beautiful We Are featuring Hanin Dia. Habt ihr kommentiert gehabt und bin echt da sehr gespannt, was da produziert wurde. Kommen wir an. Melodisch. Fängt ruhig an. Mit einer schönen Stimme so. Wow, die sieht sehr nice aus. Ist es wieder eine Kurzgeschichte oder ein... Das ist echt schön. Schön das Sonne. Hatte schön den Stimme. Wow, es ist so schön. Das ist ein, was das? Was ist es? Was ist das? Nein. Das ist ein Wunder. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh, wie ist das, wir ihn jetzt noch an. Wie ist das? Das ist so schön. Nein. Das sieht ja echt krank aus. Ah, dieses Teil ist auch so typisch skandinavisch. Geil. Das ist so geil. Dürfen wir erwarten, wirklich? Kann ich gar nicht erwarten. Leider würde ich angefangen haben. Das sieht doch ein bisschen so traditionell aus. Oh, mehr vieles von 3D an. Erinnert mich auch ein bisschen an dem Latz. Das ist wirklich sehr geil. Das sieht doch aus. Traumhaft. Warum diese Aussicht so? Ich will auch da hin. Ich muss mir vor kurz zusammen. Schau mal, was sie ist. So süß. Genau. Ich muss dann schon so typisch sein für die Leute. Das sieht doch aus. Ich muss die Musik so ein kleines Sox. Ich muss die Musik so ein kleines Sox. Ich muss das so gut aus. Die Musik so ein kleines Sox. Ah, das war die Nivea. Oh, okay. 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 Das ist schon wieder so, oder? Das ist schon wieder so. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder so. Es ist interessant zu hören, was für traditionelle Instrumente andere Länder haben, die man nicht so kennt. Boah, das sieht geil aus. Da will ich auch gerne hin. In dieser Welt. In dieser Welt. Ab nach Bali. Kurztrip. Nice. Vor allem gefiel mir dieses traditionelle, was am Anfang war. Styling war einfach. Sehr schön. Also danke für die Empfehlung. War echt schön, interessant zu sehen. Echt mal was anderes. Hat mich jetzt ein bisschen an dieses Real Genius und Sarah Fajira erinnert. War auch so cool. Also englisch gesungen und danach kam dieses traditionelle Part. War echt nice. Also hier auch. Finde ich sehr schön. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Schreibt gerne in den Kommentaren, falls ihr andere Vorschläge habt. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Of course, of course. Abonnieren nicht vergessen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.